Das Ozon Snowkite-Trapez verwenden wir vor allem, wenn wir in die Berge gehen, zum Touren gehen, rauf auf den Berg und oben Snowkiten, weil, was ist der große Vorteil? Zum einen das Gewicht und zum anderen einfach die Form. Das kann ich wirklich zusammenlegen und zwar auch richtig falten und kriege das so in den Rucksack oben rein und kann das dann oben verwenden. Ein anderes Trapez habe ich immer diese Form und da glaube ich, also das haben wir schon gemacht, ist nicht lustig, dass wir auf den Berg raufkriegen. Ist sehr leicht gehalten, hinten hast aber trotzdem genug für den Rücken, genug Support. Das Gute ist, du hast One Size Fits All, das heißt, das kannst du wirklich von riesengroß stellen bis ganz klein. Also wir haben alle dieselbe Größe und ist ein tolles Teil, wenn es wirklich nur um Snowkiten geht, ums Cruisen, dann verwenden wir diese Teile.